... ... ... Gibst du mir das Geld, dann kann ich einfach handeln. Okay? Ja. Wie viel soll ich kaufen an Tanktraps? Zwei Kisten? Du kleiner Wuster. Wir brauchen mehr als zwei. Ich kann eine noch kaufen. Auf, die war zu wenig und fahr da noch mal. Ja, ich kaufe jetzt erstmal zu vier Stück. 148 Tanktraps. Ich gehe schnell ins Industrial. Es sind noch keine Ahnung wie viel. Es sind noch 500 MB und er braucht gerade Jahre. Für die 200 MB, ich weiß nicht warum. Er ist ja nicht mehr ein MB pro Sekunde runter. Was ich gar nicht verstehe, Alter. Der hat mich so, wenn ich zum Beispiel als Team irgendwas update, dann ist es für die ersten 5 Minuten. Sagen wir mal, jetzt auf 1,5. Nur auf einmal geht es runter auf 20 KB. Ja, ist ja drücklich. Oh, oh! Oh mein Gott, DMR! Ich habe den DMR gefunden! Nein, das ist meine. Vergiss es, hier steht ein Save. Eine Lockbox und hier links liegen ein Engine Pass. Oh mein Gott. Der beste Fund, den ich jeden in diesem scheiß Overpower-Spiel hatte. Mit DMR und einem scheißen das will. Nein, das ist meine Lapua. Es bleibt meine Lapua. Hm? Du bist dann verloren. Ahhhh. Ja, die war geil. Äh, du, äh, du kannst meine Fake DMR haben, wenn du willst, Holy. Nein. Holy nimmt meine echte DMRs. Der will eine Lapua. Der will eine Lapua. Warte, ich muss damit erschießen, die schlagen mich. Oder ich will meine SVD wieder. Oh mein Gott, wirklich? SVD ist auch voll geil, ganz ehrlich. Da habe ich doch gerade meine SVD kamen. Ja. Und das sieht übelst geil aus. Wie kannst du mit dem Visier spielen? Das ist doch richtig einfach. Die hat einen eingebauten Rangefinder, verdammt. Was? Ja! Ja, schon immer. Du musst sie nur beherrschen können. Ach, du meinst mit den Zahlen an der Seite. Ja. Ja. Mach auf. Oh, ok. Nein, handel nicht weiter. Handel nicht weiter. Nein. Oh mein Gott, ich habe nicht den. Du kannst nicht aufrechen. Ah, pass auf, da kommt ein Zombie. Oh man. Mach auf. Ich bin drin. Wie der Trailer einfach so dasteht. Hallo. Ok, zur Base. Nice. Ich habe jetzt vier Versorgungskisten mit 12x 10 Craps. Oh nice. Und eine Versorgungskiste mit Wirefencing. 12x Wirefencing. 12x Wirefencing. Ok. Ich komme aufs Dach. Du, ich schieße die Bots ab, dass die nicht auf dich schießen. Obwohl die reagieren nicht. Welche Bots? Äh, direkt bei uns ist ja eine Mission gespawnt. Küsse auf mich! Ja, es sind keine Bots auf jeden Fall. Kannst du sagen verboten die Schlüsse kommen? Von vorne, vorne neben. Ich sehe den Spieler, ist mit dem Fahrrad dort. Am Bein getroffen. Ab ihn. Soll ich die auch facken? Nein. Wohl, park ihn hier, der wird ja nach Restart noch da sein. Was ist? Park hier, fack hier. Ich habe nichts verstanden. Lass ihn hier stehen, nach Restart ist er auch noch da. Wieso? Wie lange haben wir denn noch? Äh, acht Minuten, glaube ich. Sechs Minuten. Ne, bis dahin kriege ich vielleicht zum Flo. Ja, aber lassen ihn hier. Du kannst ihn noch später noch verkaufen. Ne, ich bring ihn jetzt weg. Ja, dann mach. Ich schieße die Bots ab. Ist was drinne? Ja. Schießt du? Ja, ich schieße auf die Bots. Wie habe ich das gemacht? Gehst du? Hast du überhaupt was reingezählt? Ja, drei Churricans. Oh Gott. Weil das würde exaktieren. Wolltest du ja gehen? Kann ich auch nicht. Wolltest du ja gehen? Kann ich auch nicht. Geil, ich kann mit dem Ding schießen? Ja, kannst du. Was bist du? Was bist du? Oh mein Gott, bist du behindert? Ich wollte manuelles Feuer anstellen und würden abspringen angegriffen. Oh mein Gott, da ist eh keine Munition drin, Holy. Das war jetzt wirklich bad. Das war richtig bad. Oh mein Gott, wir hätten den Heli gehabt und den Wotnik wieder drin gehabt. Sogar mehr als einen Wotnik. Ja, bin Hero. Was? Bin Hero. Du kannst zu der Kiste hingehen. Ein Bot lebt noch. Wo denn? Verdammt. Wo ist die Kiste? Neben der Base, Richtung dem Waldstück, wo wir von aus beschossen wurden. Richtung Süden. Boah, was ist das für ein Leg Bot? Oh mein Gott, ich kann ihn nicht abschließen. Oh mein Gott, ich kann ihn nicht abschließen. Ich hab alle Worts. Was ist denn? Hm? Ach, da bist du. Hi. Ohohoho. Es fackt mich gerade der aber ab. Oh Alter. Ich hab die Sache ansonsten gut gemeistert. Und da liegt auch die Spielerleiche. Da sind die Bots. Was ist das für eine Kiste? Äh, keine Ahnung. Ich höre ein Wotnik. War das ein Wotnik? Hallo? Kannst du mir noch kurz rückendecken geben? Ja mach ich, mach ich. Vielleicht die auch zur Spielerleiche lotsen, aber die habt glaube ich nicht viel. Das sind alles nur Skins. Ich komm runter, ich brauche ein Backpack. Okay, okay, okay. Ja, ich schieße an die Kisten, ne? Ja, ich schieße auf die gleich. Ich hab nicht mehr viel Schuss in dem Magazin. Ich schieße gleich auf den. Nee, 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 nee. Warte, bis die aussteigen. Bis die aussteigen, genau. Der schießt auf dich, oder? Ja. Bin tot. Okay, der wird schon aussteigen. Was soll ich machen? Ja, ja. Was sollst du machen? Der fährt gerade um die Base rum. Feigen Bastarde. Ja, ja. Ja, warte, bis die aussteigen. Wenn die nicht wissen, dass du da bist. Ja, ja. Der fährt noch Kreise und guckt, ob jemand da ist. Wie solltest du auch nicht schießen? Okay. Ich werde lang zielen, bevor ich schieße, dass ich die hundertprozentig bekomme. Der Fahrer ist jetzt mein Hauptsinn. Ich bringe als allererstes den Gunner raus, wenn er nicht aussteigt. Ja, ja. Der hält noch nicht an. Er fährt noch seine Kreise. Ja, lass ihn fahren. Jetzt hält er an. Gunners draußen. Dein Fahrer? Der Fahrer sehe ich nicht vorhin mit meiner Position. Der entschießt zumindest den einen aus. Der ist verschwunden, der Spieler. verschwunden der ist im kreis gelaufen ist ist er weg ich sehe nicht mehr deckt den legs als ich ihn wieder aber es spielt auf mich habe ihn erwischt er mich auch ich habe halt blut er hat halt blut ist wahrscheinlich oder erst ausgenockt aber er hat ein zombie rennt zu ihm ein zombie rennt zu ihm und noch ein zombie ich zerschieße die reifen noch schnell er ist los ich habe die reifen gerade zu schlossen wo er losfahren wollte ja ich bin da schieße mich nicht er ist an der gun er ist an der gun kann die durch wände schießen ich glaube der trifft mich wenn ich mich rollen ja ich krieg rüber und dann was ich mich in raketenwerfer raus schießt noch mal ja ich schieße aus deinem sandbag alter aber zum glück haben wir die base dequeer das kannst du laut sagen alter perfekt getimt ok hier kann ich nicht mehr marschieren ich glaube dein bruder kriegt gerade die krise weil du nicht aufhörst der soll nur weil er schießt schon wieder ich glaube auf zombies und der gestorben da waren nur skins drin sonst ne ok und ich glaube zehn skins und wenn sie auch 18.000 das stimmt ich sehe von deinem sandbag er hat mich gesehen am sandbag was weil ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht den haben wir ich sehe den haben wir nicht von hier aus ich sehe den haben wir von hier aus ja also ich kann wieder nicht auf uns oh gott der zombie schlägt mich in der weh ja und er stirbt nicht das blute ich schon wieder letzte montage wie ist er da reingekommen durchgegletscht die können das zombie oh mein gott oh mein gott der bekommt mich hier nicht ich glaube da wirst du nicht viel machen können wenn ich einen schuss auf den bekomme ist er noch in der gang nein oh gott das sehe ich gerade so wenig wenn wir halt einen m2 haben wir ne er braucht mich nur einmal treffen ich bin tot ich hole mir schnell bloodbag lauf 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 was haben wir noch bloodbags im safe äh ja ich glaube 1 vielleicht ja dann hole ich mir noch munition und ne mg vielleicht ok ich bin 1300 m weg von euch nice jetzt geht der safe wieder nicht auf ah der safe geht wieder so ewig braucht ihr wieder so ewig um auf zu gehen ich fahr mit fahrrad ne ja restart in 8 minuten 8 minuten ja geh auf safe komm ich höre ein heli oh was ist das für ein geräusch ich kann das geräusch nicht identifizieren was ist das fahren kann der haben sie nicht mehr ne vielleicht hat der reifen repariert hat der reifen repariert ja ich glaube schon der kapier auf mich geschossen hier ja ich hab's hier vom safe jetzt ich habe noch 900 meter ich war vollgas da vorne muss ich über eine brücke oder irgendwo erst 800 er ist ausgestiegen gerade eben er ist ausgestiegen gerade eben es müssten doch zwei typen sein eigentlich eigentlich ein fahrrad oder gar nicht hä jetzt voll geraucht alt ah ich hab eine rauchgranate geschmissen bei dir rein ja ah die die sicht vernebelt ne ja ich habe eh nicht geschaut ich versuche eine waffe zu besorgen um zu dir zu kommen ja ich lege mich wieder aufs dach glaube ich ok zwei scheuen vielleicht habe ich glück na da bin ich mal froh dass ich nicht gleich dahin gerannt bin ja du solltest eigentlich auch gar nicht wie du dahin rennen wolltest ja ich wollte einen backpack holen ich habe noch nie erlebt dass jemand rauchgranaten im kampf einsetzt ja mit einem zombie zur kriske naja das ist verschweinend oh fuck also ich er sitzt glaube ich noch drin soll ich mal drauf zielen da müsste ich aber aufstehen ne egal ich muss grad abhauen an der gun ist keiner aber da steht ein zombie am handy ok soll ich riskieren nochmal aufstehen an fahrersitz ziehen weiß es nicht aber das ist ja irgendwie weil das steht ein zombie direkt dort das heißt dort ist noch einmal ja komm ich lass jetzt ich log mich nicht nochmal ein ich hab mich nicht in 5 Minuten ich konnte es einfach riskieren ich habe nicht viel zu verlieren ja amcara ist noch drin oh ich bin von der anderen Seite weggekillt du bist tot? ja egal wurst alles zu hm ich habe jetzt nur eine m110 verloren mehr nicht ah gut und die irren haben wir ja gut ist jetzt so ist Pech ja das ist und sehr gut wie ni sind sie die nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020